Wir haben hier neun Studenten und die haben vor kurzem ihren Abschluss gemacht an einer sehr, sehr kleinen Hochschule, wo in diesem Studiengang auch nur diese neun Studenten ihren Abschluss gerade gemacht haben, sprich wir haben ja alle Studenten dieses Studiengangs. Und diese Studenten haben sich dann einen Job gesucht und sich dann nochmal getroffen auf dem Jahrestreffen und sich dann entschlossen, weil sie sowieso Statistik studiert haben, einmal alle ihre Gehälter, ihre Jahresgehälter in ein PC einzugeben, der ihnen dann etwas darüber verraten soll, wie die Gehälter ungefähr aussehen. Und das haben wir hier also, die Gehälter stehen 35.000 Euro im Jahr, 50.000 Euro im Jahr und so weiter, ganz bis nach oben, wo eine Person auch noch 250.000 Euro im Jahr verdient, wie auch immer sie das schafft. Und der Computer spuckt dann ein paar Zahlen aus, nämlich das arithmetische Mittel, die Standardabweichung und den Median und den Interquartilsabstand. Und ich würde dir raten, schau dir diese speziellen Zahlen mal an und überleg dir mal, was mehr Sinn macht für diese Zahlen, das arithmetische Mittel anzugeben als Lagemaß oder den Median. Pausier am besten mal ein kurzes Video, mach dir ein paar eigene Gedanken, dann hören wir uns gleich wieder. Okay, um jetzt so ein bisschen so darzustellen, wo genau das Problem liegt, würde ich jetzt mal die Punkte hier aufzeichnen und ich hoffe, dass ich hier eine gerade Linie hinkriege. Sagen wir mal, das hier unten ist die 0 und hier ist dann die 250, dann ist ungefähr hier die 50, hier die 100, hier die 150, hier die 200 und da müssen wir etwas improvisieren. Die 250 wechselt mal kurz ihren Platz, die ist nicht mehr hier. Ich habe immer ein bisschen Probleme bei solchen großen Zeitachsen hier oder Werteachsen, dass ich hier die Zahlen richtig einzeichne. Die 250 ist nicht mehr hier, sondern ein bisschen weiter links. Etwa hier 250. Und dann hier noch ein paar Hilfsmarkierungen vielleicht in den Gebieten, wo die vielen Zahlen liegen. 60, 70, 80, 90, 40, 30, 20, 10. Das sieht doch einigermaßen gut aus. Dann zeichnen wir mal die Punkte ein. Das erste ist eine 35, die kommt dann hier hin. Dann haben wir dreimal die 50, 50, 50 und nochmal 50. Dann haben wir eine 56, das ist dann ungefähr hier. Zweimal die 60, jetzt wird es langsam ein bisschen knapp mit dem Platz hier. Zweimal die 60, die 75, also sind wir hier. Und dann noch diese super verdienende Person mit der 250. Genau, so sehen die Daten aus. Und was wir jetzt feststellen ist, das haben wir schon in ein paar Videos gemacht. Das langweilt euch wahrscheinlich jetzt auch schon wieder mit diesen ganzen arithmetischen Mittel und Medien und so weiter. Was wir jetzt sehen ist, beim arithmetischen Mittel, das liegt bei 76,2. Ich zeichne das mal hier. 76,2. Das heißt, wir sind hier sogar über diesen Punkt noch drüber. Hier sind wir so ungefähr bei dem arithmetischen Mittel. Und das arithmetische Mittel würde also behaupten, das hier ist ungefähr die Mitte der Verteilung. Und wenn ihr mich fragt, ist das nicht wirklich die Mitte der Verteilung. Also das liegt über fast, das liegt über allen Werten bis auf einen. Das ist oberhalb von fast allen diesen Werten. Was sich die ganzen anderen Leute dann denken werden, wenn der Computer ausspuckt, hey, die durchschnittliche Verdienst in deiner Gruppe ist 76,2.000 Euro im Jahr. Und alle Leute denken sich, oh, okay, da habe ich was falsch gemacht. Das ist nicht wirklich ein guter Maßstab dafür, was diese Mitte der Verteilung ist. Und warum passiert das? Naja, das passiert, weil das so hochgezogen wird von diesem 250er Wert. Der zieht das abnormal krass hoch sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie ich das noch ausdrücken soll mit Adjektiven hier. Unglaublich stark hoch. Wenn das noch größer wäre, wenn er jetzt zum Beispiel verdienen würde, wenn er irgendeine super Business-Idee hätte und irgendwie das nächste Microsoft baut und dann plötzlich 250 Millionen Euro im Jahr verdienen würde, dann wäre das arithmetische Mittel noch viel weiter hochgezogen, noch höher in den Bereich von diesen 250 Millionen. Das ist also sehr stark abhängig von diesem einen sehr hohen Ausreißerwert, den wir hier haben. Während das der Median dann ein bisschen robuster ist. Der Median, ich gucke mal kurz nach der Farbe, der Median sagt 56. Der sagt immer, das ist hier bei neun Werten genau der Wert in der Mitte. Vier drunter, vier drüber und dann ist es die 56. Sprich, das würde heißen, dass, oh, ich muss hier ein bisschen, nein, gerade zeichnen. Der Median würde sagen, dass hier ungefähr die Mitte ist. Und das wäre ein besserer, das vermittelt einen besseren Eindruck davon, wo tatsächlich die Mitte dieser Verteilung ist, wenn ihr mich fragt. Und wie macht das dieser Median? Der ist komplett unabhängig von diesen 250. Die 250, die könnten noch viel weiter hochgezogen werden. Der Median würde sich nicht ändern. Und warum tut er das? Weil für die Median ist diese 250 hier oben einfach nur eine der Zahlen, die halt in der größeren Hälfte liegt. Aber der genaue Wert davon interessiert gar nicht. Es geht nur darum, dass vier Werte drunter liegen, vier Werte drüber liegen. Das heißt, das als Lagemaß würde der Median wahrscheinlich einen besseren Eindruck von dieser Verteilung hier vermitteln. Und jetzt kann man sich ja überlegen, was passiert denn mit der Standardabweichung? Die Standardabweichung basiert ja auf dem arithmetischen Mittel. Wir haben ja gesehen, dass man die Standardabweichung so ausrechnet, dass man erst die Varianz ausrechnet. Und in der Varianz steckt dann ja drin, dass man jeden Wert minus das arithmetische Mittel nimmt, dann noch quadriert und dann darüber auch noch einmal durch die Anzahl der Zahlen teilt. Das heißt, in dieser Standardabweichung drin steckt auch das arithmetische Mittel. Und wenn das schon falsch ist, oder wenn das schon, ich sage nicht falsch, das ist ja richtig ausgerechnet, Wenn das ungeeignet ist, dann kann auch die Standardabweichung wirklich keinen tollen Wert angeben. Der Interquartilsabstand hingegen, den rechnet man ja so aus, dass man hier sich die Quartile anguckt. Das heißt, in der Hälfte, die unter dem Median liegt, nimmt man nochmal den Median der Zahlen. Das wären dann hier 50. Und in der Hälfte, die da drüber liegt, nimmt man auch wieder den Median der Zahlen. Das wären dann hier 67,5. Und falls ihr nicht mehr so ganz wisst, wie man das ausrechnet, da haben wir auch unzählige Videos zu, also keine Angst davor. Und dann würde man halt sagen, der Abstand zwischen diesen beiden Zahlen ist dann eben 17,5. Und ihr merkt schon wieder, da spielt jetzt die 250 auch wieder keine Rolle. Also sie spielt eine Rolle, weil das ist halt eine der großen Zahlen. Aber da könnte genauso gute 500 stehen. Da könnte 10 Millionen stehen. Das würde nicht in diese Berechnung einfließen. Sprich, der Interquartilsabstand, der lässt sich auch nicht davon beirren, wenn hier ein sehr, sehr groß abweichender Wert ist. Das hört sich jetzt erstmal alles ziemlich gut für den Median und den Interquartilsabstand an. Aber das heißt gar nicht, dass das arithmetische Mittel und die Standardabweichung jetzt irgendwie schlecht wären. Bei diesen beiden, die gehen eigentlich nur kaputt, wenn wir sehr stark schiefe Verteilungen haben. Also Verteilungen, die irgendwie hier links schnell hochgehen und dann rechts ganz lange brauchen, bis sie wieder runtergehen, weil sie irgendwelche ganz hohen Werte noch haben. Da sind diese beiden Maße hier nicht so gut geeignet. Da nimmt man lieber den Median- und Interquartilsabstand, weil die da ein bisschen robuster gegen sind. Und solche Verteilungen haben wir eben häufig bei Gehältern zum Beispiel, dass man irgendwie ganz viele Arbeiter hat und dann irgendwie einen Manager oder so. Oder bei Wohnungspreisen, dass wir hier recht viele so Familien oder Single Apartments haben und dann ein Luxus-Apartment oder so. Und deswegen gibt man dann lieber diese robusteren Schätze an. Wenn man aber eine ganz, zum Beispiel eine symmetrische Verteilung hat oder eine Verteilung, wo es eben nicht diese ganz extremen Punkte drin gibt, dann sind das arithmetische Mittel und die Standardabweichung auch ziemlich gut. Das ist mal zum Beispiel, wenn man körperliche Merkmale vermisst, zum Beispiel den IQ oder die Körpergröße oder sowas. Da ist es eben ziemlich passend, das arithmetische Mittel und die Standardabweichung zu benutzen. Da passt das Ganze. Aber ich hoffe, das hat ein bisschen den Eindruck davon vermittelt, wann man in welchen Fällen hier, welche dieser beiden Maße hier benutzen sollte, um einmal die Lage anzugeben und um die Streuung einschätzen zu können. Und dass man sich da durchaus Gedanken darüber machen sollte, welchen dieser Werte man in welcher Situation anwendet. von demy 37.19x6 – einem jemens Buhl und demy específic coach von demy 37.20x4 – 37. elea und das was dann bei Heräuschen in Applaus